Los geht's! Los geht's! Ich... 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 Warum?! Manuela! Ich wusste... Du darfst ihm nicht vertrauen, Alter! Wir leben zur Schau... ATE LOS! DU AUCH DIE NACHT! Ich geh wieder zurück... Sonst scheiß ich mir in die Hosen... shredr du halt umglim ut? Scheiße! Scheiße! Mikhi, knipp das bitte! Was denn? Scheiße! Scheiße! Hörst doch torn! Se Grund ist da.. Neией??? Maiaga! Alter ich neegrufe man grade alles auf man. Ichdep duorar ich in der neun Runde in der Aufnahme... Damit ich sie dem Kompat ausrasten sehe. Dann schreibe ich so einen Titel, mache ich so Clickbait, gespielt mit 9-Jährigen, er brüllt die ganze Bude zusammen. Ich bin nicht 9! Ich hasse die Tech! Ich hasse die! Wir sind alle 3 down! Ich hasse dieses Ding! Ich gucke mich ins Arsch rein. Ich gucke schon wieder. ACH! O.K. Wer schreit da jetzt so herum? Ich nicht. Ich nicht. Ich mach auf jeden Fall mit! Nein! 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 Ey, wenn der kommt, dann krieg ich jetzt nicht. Ich sag, ich haus den Elbe! Lass den KT rum! Oh! Nein! Nein! Mann! Nein, es war wieder falsch! Mann! Digga, deine Mutter! Philipp ich bin nicht noch mal Marker... Du bist nicht auf dem Ruhr-Spotpunkt? Doch! Bin ich! Sich... Oh, mein Gott... Ich haus geschafft! Du Du! Komm! Hä? Hä? Ach du warst das. Bei mir hast du die Spitzhacke gar nicht benutzt. Du standst da einfach. Hä? Ich dachte, von unten kommt jetzt einer hoch. Aus dem Boden raus. Nächste sind zwei. Diese Blitz. Der macht die rote Karte. Wie behindert. Dich nenn mal Bayerisch Surprise. Hat er gerade gesagt, dass er mal Bayerisch und danach hat er gesagt Surprise? Surprise. Oh Mann, oder? Das ist eine Überraschung, Alter. Ah! Oh mein Gott. Entschuldigung, komm nicht raus. Ah nein, ich drehe durch. Oh mein Gott. Loll. Wir müssen eben kurz auf mich wirken lassen. Ja, das war's komplett. Ja moin, Alter. Alter, wie laut ist das scheiß Ding? Mann, ich hab keinen Bock! Schatz, ich hab keinen Bock mehr! Und der Fett hängt oben auf dem Dach fest. Er dreht voll durch. Ach du Scheiße. Geht bei dem ab. Ja, ich hab ihn mal erlöst. Von seinem Leiden. Boah, die stand bei mir voll ne... Die stand einfach neben mir. So, hier reinlaufen, Alter. Komm. Guck mal, wie ein Falle. Schnee. Oh nein. Nein. Na egal, Alter. Mann, der wird geboxt! Geh weg! Geh weg! Geh weg, hab ich gesagt! Ja, tschüss, weißt du was, Alter! Deine Mutter... Haha! Was ein Opfer! Oh mein Gott, Alter! Michi, welche Etasche ist der? Wird mir zu doof mit dem, Alter. Ich verpiss mich gleich einfach. Nein! Mann, da hat ne Pompon! Lass mich! Oh, was? Diese... Michi, komm mal hier hin, ne? An der Klippe ist noch ein Fortbreit. Ah, stimmt der von... Ist das der von heute? Weiß ich nicht, glaube schon. Komm mal mit. An der Klippe, nee nee, warte mal. Nee. Alter. Doch. Nein. Doch. Du dummer Hurensohn. Was willst du machen? Du bist ja gut doch. Wenn du mir gleich ne Impulsgranate in den Arsch wirfst, Alter. In Arsch? Ach du Scheiße, Alter. Du kleine 31er. Ja, du bist so ein Wichs! Haha, du bist so ein Wichs! Ich wusste es! Du kennst mich leider aus Impulswasser, aber... Du blöd... An der Klippe vor allem, ne? Ja, okay, ich geh freiwillig, ist okay. Ich hab keine Robins mehr. Tschüss! Ah! Oh mein Gott! Oh! Oh, ich hab was rutscht! Nein, nein, nein! Nein! Ich kann nichts machen! Nein! Ich bin runtergerutscht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin so... Oh mein Gott! Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte Fortnite jetzt bitte löschen! Mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020